So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Lightning Returns. Und es bringt uns nichts, wenn wir hier weiter rumrennen. Wir müssen einfach nur zurück und dann teleportiere ich mich. Also, geht ja mal gar nicht an hier. So, hier entlang. Dann sind wir hier bei dem komischen Heini da. Dann gibt es hier einen Weg. Dann kann man hier hoch, so. Und dann teleportiere ich mich in die Halle, weil das wird mir so doof. Ich finde den blöden Weg nicht. Das geht nicht. Oh, ich muss die Zeit anhalten. Fällt mir gerade auf. Ja, ich bin die Erlöserin. Wüstenräuber. Ja, viel Spaß. Ähm. So. Draußen. Wie, eigentlich schon das dabei, was du von mir möchtest? Was ist das denn für ein Gegner? Okay, der greift mich mit Eis an. Oh ja, greift mich jetzt an. Aua! Da greift mich mit dem Scheiß an, wie ich auch. Gebrüll. I'm done. I'm done? Ja, das sehe ich, Lightning. Folger. Okay. Okay. Okay, ähm. So nicht. Wuhu. Ach du Scheiße, ey. Okay. Okay, so wird das nix. Wie viel Schaden macht das? Bringt mir aber jetzt aber auch nicht viel, ne? Ne. Okay. So nicht. Flucht. Wie mache ich den? Die Frage ist wirklich, wie. Und ich weiß, es ist meine Aufgabe, den zu machen. Aber das bringt mir jetzt nichts, weil ich nicht weiß, wie. So, wir teleportieren uns in die Tempelruine. Ne, in die. In das zum Heiligen Tor. Meine Güte. Okay. Okay. Du hast die drei Tablets gefunden? Hm. Sie sind quasi die Pods für etwas. Aha. Ich glaube, ich beginne zu verstehen die Wahrheit dieser Tablets. Klar. Okay, da müssen wir rein. Bitte keine Skelette mehr. So, unbekanntes Objekt. Ey, was machen die hier? Na gut. Geh mir doch mal da rein. Ah, okay. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Schön. She's the only one who can hear the dead. Yeah. Oh. Pfft. So ein Blödsinn. Hahaha. Würde ich wahrscheinlich auch nicht tun wollen. Die sind echt wahnsinnig. Diese Orden ist wirklich wahnsinnig. Du taub. Du bist vorhin mit... ...Labern? Fuß. Du hast alle drei Teile der Küsse... ...an den Kryos der Heiligen erhalten. Aber ich habe jetzt hier gar nicht die Steintafel abgestellt. Das heißt, dieser eine Raum da... ...muss noch irgendwie auch mit reingehen. Die Frage ist, wie? Und den ganzen Weg nochmal zurückrennen? Hm. Hm. Äh, ja. Okay. Aber ich will eigentlich da immer noch hin, wo ich da noch rein könnte. Wenn ich bloß weiß, wie. Etage tiefer, Etage tiefer, goldene Kammerhochebene. Kammerhochebene. Kammer der Flammen. Da komme ich her. Kammer des Mondes, Tief... ...Dings da, okay. Ja, ich weiß, was ich jetzt tun muss, aber... ...wie gesagt, ich möchte da immer noch rein. Schauen wir nochmal, ob ich es nicht irgendwie da... Äh... ...goldene Kammer-Tiefebene. Raum der... ...Galerie der Schöpfung. Beim Galerie der Schöpfung war man, glaube ich, ne? Mhm, mhm. Okay, ähm, gut. Ich könnte mich jetzt immer noch... ...dorthin teleportieren, wo das Nordtor war. Mache ich jetzt auch. Und ich möchte wissen, was das... ...was da ist. Weil das ist mir jetzt... Weil vor allem... ...ich habe jetzt immer noch eine Steintafel. Irgendwelches Geheimnis verbirgt sich da noch. Und das möchte ich jetzt schon ganz gerne noch herausfinden. Und wenn die Suche länger dauert. Ähm, ich speichere hier mal eben... ...auf Spielstand Nummer... ...äh... ...19. Und dann... ...sehen wir uns gleich wieder. Ich muss mich anders hinsetzen. Ich brauche was zum Trinken. Bis gleich. So, zurück in diesem Part. Okay, ähm... ...gut. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. ...dum-di-dum-di-dum. So, also wir wollen ja... ...äh... ...immer noch diesen... ...einen Raum da finden. So, und vielleicht hat es ein bisschen was mit den Türen zu tun. Die nur zu bestimmten Uhren offen sind. Ah, die Zeittür ist in der Nähe. Jaja. So, das ist die da, ne? So. Komm her. Dieses Kostüm ist wirklich überhaupt nicht nützlich gegen diese Typen hier. So. Ähm... Totengebiss. Okay. Ähm... ...la la 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 la. Ne, da muss ich nicht hin. Galerie des Vergessens. Ja. Da würde ich irgendwie hinkommen. Äh... Kann man der Flammen... Kann man das Mond... ...das Temp... Okay, ähm, nee, hier will ich nicht hin. Wo komme ich bei diesem Weg hin? Da irgendwo. Okay, dann gehe ich doch mal da entlang. Vielleicht habe ich das da irgendwie übersehen. Moment. Komm, Lightning, lauf. So, euch. Holger. Blitzra. Okay. So, ähm. Zwei von dieser Sorte, äh, muss das sein? Na gut. Vielleicht habe ich Glück und es kommt dann bald, äh, mal eine Zurückverwandlung von denen. Also halt die und... Also ich bin froh, wenn von denen der Letzte kommt, ey. Okay. Rost von Gönn! Völker! Und noch einmal und noch einmal und Blitzraum! Oh Mann, ey. Musst du mich schon wieder so vergiften, hä? So, komm schon, komm schon, komm schon. Angreifen, angreifen, angreifen! Bye, bye! Das war's mit dir. So. Toten, irgendwas. Ja, das ist schön. So, um. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Wofür das mich hin? Hier hin, okay. Ähm, 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 ähm. Gut, das bringt mir hier jetzt auch nichts, ne? Ja, ich hab das Gegner schon gesehen, aber das ist mir jetzt grad egal. Nein, da will ich auch nicht hin. Ich bin hier auch falsch, ne? Ach, Mensch. Und ihr geht's mir aus dem Weg. Blitzraum! Nun, komm schon. Guck schon. Guck schon. So, einer ist schon mal erledigt. So, und verschone mich mit deinem blöden Blutschwert. Ich sag's dir. Okay, er hat nicht mich angegriffen. Okay. Nun, komm schon. Geh drauf. Geh drauf. So, das war's auch mit dir. Gemachstufe 2. Okay, ähm. EP-Fertigkeiten? Nee, nee, nee. Gut, äh, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.